Hey, wie geht's? Es ist Matthias und Happy 2023. Alles Gute für ... Das nächste Jahr wünsche ich dir. Und jetzt, ganz, ganz am Anfang des neuen Jahres, möchte ich mit einem persönlichen Video dir vielmals sagen, dass du mir folgst auf dem Kanal, dass du meine Videos schaust. Und ja, das für den ganzen Support für meinen YouTube-Kanal. Vielleicht, wenn du ihn noch nicht abonniert hast, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst. Und sonst einfach allgemein, was die News von Ambivision oder was interessant für dich sein kann. Wollen wir gleich am Ersten anfangen. Und zwar das Erste, ich würde vermehrt auch Video machen. Und zwar habe ich auch noch in Internetseiten angefangen zu programmieren. Die braucht noch ein bisschen, bis sie ganz fertig ist. Aber ich habe gefunden, wir sollten immer etwas früher online gehen oder etwas publizieren, bevor man wirklich 100% ready ist. Also auf mbvideo.ch findest du schon ein paar News. Und wenn du selber ein kurzes Video brauchst oder ein Video, dann melde dich doch bei mir. Das andere, was im August aktuell wieder ist. Und zwar ist das Creative Meetup. Die finden nachher wieder statt. Und die ganzen Workshops. Ich schaue, dass ich das wieder reinschleusen oder reinbringen kann. Und ich habe die ganzen Termine schon im Onlineshop angepasst. unter www.shop.mb.ch Ich gehe doch mal dort vorbei zu schauen. Was ist noch? Genau. Der Fotowalk, der kostenlose, werde ich wieder durchführen. Einfach aber eine gewisse oder bestimmte Teilnehmerzahl. Ich glaube 15 habe ich jetzt hineingeschrieben. Ja, wenn es 15 Leute sind. Die Termine sind auch schon wieder online. Dann kann man sich anmelden und buchen. Es ist einfach wichtig für die ganzen Creative Meetups. Die ganzen Workshops und so weiter. Ich weiss ein wenig planerisch. Oder man muss sich ein wenig früh vorplanen. Aber ich habe dort einfach die Bedingung, dass man sich mindestens einen Monat vorher anmelden muss. Dass ich das durchführen kann. Respektive, dass es auch vom Platz her geht. Dass das alles durchgeführt werden kann. Also am besten genug früh anmelden. Dass du dir einen Platz sichern kannst. Du wirst aber nachher informiert. über stattfinden. Oder ob es einen nächsten Termin gibt. Oder ob du dich das nächste Jahr oder im zukünftigen Workshop anmelden kannst. Wenn du nicht ein Gruppenworkshop Mensch bist. Dann gibt es weiterhin noch die Private Sessions. Oder die VIP Workshops, die stattfinden können. Oder im Fotowalk. Wenn du eine Gruppe hast. Einen Verein oder irgendetwas jederzeit. Einen Gruppenfotowalk buchen. Ja, das ist das Wichtigste. Den Podcast. Da bin ich sicher schon mal schauen. Einen Podcast kannst du nicht schauen. Eben. Hören. Genau. Der Podcast ist nur zum Hören da. Den kannst du nicht nachschauen. Einfach nicht auf YouTube. Ich schreibe dir den Link in die Videobeschreibung unten. Und zwar ist das der MBVision Business & Foti Podcast. Wunderbar. Ich glaube das wäre es. Also alles Gute. Und für die Zukunft. Und eben das ist ein mega spontanes Video. Ich habe immer noch seit 2020 extrem viele Videos. Die ich noch schneiden, bearbeiten und publizieren sollte. Aber ich denke mir das nächste ist schon bald wieder online. Und ich freue mich wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist. Also ich wünsche dir das Beste. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und eben abonniere. Hilf mir extrem weiter. Drücke Glocke. Dann wirst du jedes Mal informiert wenn es ein neues Video gibt. Und was nicht vergessen. Abonnieren. Glocke. Genau. Daumen nach oben. Keine Ahnung. Aber das bringt das Video auch weiter. Oder es sieht mich. In diesem Fall. Tschüss. Tschüss für. Tschüss. Dirλ